Musik Mein Name ist Maximilian Seigerschmidt von der Marke Mauser. Wir haben wieder viele schöne Messeneuheiten dieses Jahr. Zum einen die M12 Hexaloc Montage. Die erste auseigene Montage der Firma Mauser ist sehr einfach zu montieren, aber auch zu demontieren. Absolut wiederholgenau. Hexaloc dank der sechs Kontaktpunkte, mit denen das Ziffernrohr arretiert wird. Des Weiteren haben wir die M12 Max mit Lochschaft sehr ergonomisch gebaut. Wird von uns behandelt wie ein echter Nussbaumschaft. Das heißt, nicht lackiert, sondern geölt. Darüber hinaus ist eben die M12 jetzt mit der Handspannung erhältlich. Handspannung funktionsweise kurz und knackig erklärt. Im entspannten Zustand ist die Kammer immer gesperrt. Zum Öffnen der Kammer im entspannten Zustand Hebel leicht nach rechts drücken und die Kammer kann geöffnet werden. Sobald ich die Kammer schließe, ist diese auch wieder verriegelt und somit gegen versehentliches Öffnen geschützt. Das bedeutet ebenso, dass ich nur wenn ich schießen möchte, den Hebel nach vorne bewege, somit die Waffe spanne und schussbereit bin. Ich kann schießen, repetieren, die Waffe bleibt gespannt, bis ich sie wieder entspanne. Das ist unsere M12 Max. Als nächstes Messehighlight präsentiere ich noch die M12 Trail. Die M12 Trail mit einer Gesamtlänge von nur 97 cm. Die perfekte Büchse für den professionellen Nachsucheführer. Schon die Farbe des Schaftes lässt erkennen, dass diese Waffe einen besonderen professionellen Anspruch hat. 47 cm Lauflänge, komplette System inklusive Lauf, Ilaflon beschichtet und somit rostfrei. Wir haben eine große, griffige Kunststoff-Kammergriffkugel, die schnelles Repetieren ermöglicht. Die Handspannung ist auch hier optional für einen Mehrpreis von 100 Euro erhältlich. Des Weiteren haben wir eine Dreidortvisierung, wie man sie von der M03 Trail kennt. Für eine schnelle, einfache Zielerfassung, auch bei schlechten Hübsbedingungen, bis 50 Meter. Wir haben das patentierte Mauser Muscle Safe System, um die Mündung vor Verunreinigungen, Dreck und Feuchtigkeit zu schützen. Einen abnehmbaren Riemenbügel an der Mündung, der an den Vorderschaft versetzt werden kann. Und außerdem einen abnehmbaren Druckriemenbügel am Hinterschaft, den man ebenfalls versetzen kann, um einen maximalen Tragekomfort der Waffe zu gewährleisten. Diese äußerst führige und professionelle Waffe erhalten Sie zum Schnäppchenpreis von 1845 Euro.